Einen wunderschönen guten Morgen. 12. Dezember, Sonntagmorgen. Sehr fantastisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch heute mitgebracht ein Case und zwar von der Firma Mujo. Die machen so Lederhüllen, in diesem Fall mit einem Plastikkarten-Kreditkarten-Fach. Und ihr denkt euch sicherlich, Tag 12, 12 Tage und schon zwei Hüllen. Für jemanden, der normalerweise keine Hülle an seinem iPhone hat, ist das ganz schön viel, oder? Und ich sage dazu ja. Das ist die Firma Mujo. Die machen diese Cases schon seit Jahren. Ich hatte, glaube ich, vor drei Jahren das letzte Mal ein Case in dieser kleinen Videoserie. Die haben sich dem kantigen Design der iPhones angepasst. Es gibt Aussparungen und zwar logischerweise am Lightning-Port. Und auch der Stummschalter. Der hat so eine kleine Aussparung. Da sieht man ihn. Das andere, die anderen Buttons, die drückt man durch, durch das Case. Die bleiben, und das kann ich berichten, clicky. Clicky genug, um ein gutes Gefühl zu vermitteln, diese Buttons auch jedes Mal zu treffen, wenn man sie drücken möchte. Alleinstellungsmerkmal ist logischerweise das Plastikkarten-Fach, was eine Alternative sein kann zum Apple Wallet beispielsweise. Wenn man nur eine Karte hat, dann lässt sie dich hier ganz bequem unterbringen. Wenn man zwei Karten hat, muss man Profi sein. Aber auch das geht. Wenn man Profi ist, lassen sich zwei Karten in diesem Case unterbringen. Das ist hier beispielsweise meine extrem wichtige Plastikkarte für den öffentlichen Nahverkehr. Wird in den Niederlanden hergestellt, produziert, auch von dort verschickt, meines Erachtens. Und ich finde, man sieht die Qualitätssprünge, die jedes Jahr dort geleistet werden. Beispielsweise beim Bezug, der bis zum Kamerabuckel reicht. Kleine, aber völlig für euch wahrscheinlich unwichtige Randnotiz. Wenn keine Karte eingelegt ist und ihr das iPhone in diesem Case betreibt, dann liegt es flach auf der Tischplatte auf. Trotz diesem gigantischen Kamerabuckel. Das ist eine Sache, die mich extrem begeistert, aber wahrscheinlich für alle anderen so ein bisschen egal ist. Wertige Hüllen von Mucho. Eine ernsthafte Empfehlung, so als Alternative zu Apples Hüllen oder dem Wallet, wenn man das Wallet, wenn da zu viele Karten reinpassen und man wirklich nur eine braucht, dann ist diese Mucho Lederhülle definitiv eine gute Alternative. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns Montag, am kommenden Montag, also morgen. Morgen sehen wir uns an dieser Stelle wieder.